hallo meine lieben wir machen heute weiter mit life is strange ich hab grad auf die uhr guckt weihnachten ist auch vorbei das heißt ja ich hoffe ihr habt schöne schöne tage gehabt und genau steht auch schon da wir verlassen jetzt chloys zimmer und dann gucken wir mal wie es weitergeht ok den leuchtturm kennen wir ganz vom anfang wo die welt da irgendwie auseinander geflogen ist aber ich weiß gar nicht mehr was wir noch machen mussten ich weiß nur ist das mit aus dem zimmer und das awesome sauce totally reminds me of when we were kids come on slowpoke hold on i haven't been here in forever so why do i feel like i was just here wow this is the exact same path i was on during my nightmare today so lucky they can always escape looks like the youth of arcadia bay still come up here to party i never made it aber das sieht auch schon toll aus ne muss man ja mal so sagen so sure you don't want to be alone have a seat pete my pleasure feels nice out here after all that drama you really took one for team chloe i'm not as brave as you and david is indeed a step douche i'm sorry you had to experience it first hand you have to live with him has he always been this way ever since my desperate mom dragged his ass to our home i never trusted david he freaked out on poor kate marsh today i know her she's cool only that prick would bully her he has some kind of weird agenda he has a lot of secret files rambo still thinks he's gathering enemy intelligence did you take a peek well yeah i couldn't help it never change what did you find creepy photos of kate marsh other blackwall students this dude takes his job too seriously he still thinks he's a war or something he's a total surveillance fetish i worry there's spy cams in the house i knew you didn't know chloe your house is under surveillance what are you talking about there are cameras all over the house i saw it on a monitor in the garage i knew it he's so hella fucking paranoid i'll keep this a secret for now sometimes ignorance is bliss no wonder i'm so miserable everybody in this town knows everybody's secrets what's nathan's secret he's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative and he dosed me with some drug in his room what i met him in some shithole bar that didn't card me he was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills just tell me what happened chloe now i was an idiot i thought he was so blazed it would be an easy score you needed money that bad actually yes i owe big time and i thought i'd have enough for me and rachel if she showed up so what about you and nathan we went to his room at blackwell we drank and i laughed at his rich kid bullshit he was one step ahead and put something in my beer god chloe i can't believe this i mean i do then what i know i passed out on the floor i woke up and that perv was smiling crawling towards me with a camera go on everything was a blur i tried to kick him in the balls and broke a lamp nathan freaked so i managed to bum rush the door and get the hell out max it was insane chloe that is so fucked up what did you do then i figured i would make him pay me to keep quiet so we met in the bathroom and he brought a gun that was nathan's last mistake he's still dangerous chloe not just to you oh good thing you notified the principal i feel safer already i won't always be there to save you you were here today max you saved me i'm still tripping on the head seeing you after all these years feels like destiny ich bin immer so gefesselt von dieser story dass ich einfach vergesst zu reden es tut mir leid manchmal ist das ja woran this shit pit has taken away everyone i've ever loved i'd like to drop a bomb on arcadia bay und schnau es zu fucking Glas. Oh, nein! Nicht again! Warum ist das passiert? Warum bin ich hier wieder? Warum bin ich gerade irgendwie an Harry Potter und diese Reh-Reh-Schwoll? Ja, warum kommen wir jetzt rein? Ich dachte wir müssen hoch. Das ist ein Witz, das ist ein Witz, das ist ein Witz, das ist ja Okay, da waren wir ein bisschen zu lang dran. Das muss halt aber auch... Oh mein Gott, das Tornado ist zurück! Ah... Ja, kann ich nicht. Und jetzt? Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Ah, ernsthaft. Ach... Was? Ja, würde ich gerne machen. Ja... ach... Machen wir jetzt. Das ist der letzte Checkpoint. Moment. Hm... Also wir gucken jetzt... Vielleicht... Kann ich noch mal rein? Ne. Ähm... Ja, ich guck jetzt mal, wo der letzte Checkpoint war. Ah, okay. Oh nein! Nicht wieder! Ich hab... Also das hab ich auch noch nicht erlebt. Ich hab das Spiel kaputt gemacht, irgendwie. Okay, man kann doch nicht vorspulen. Ja, das schaffe nur ich. Also Spiele kaputt zu machen, schaffe nur ich. Also Spiele kaputt zu machen, schaffe nur ich. Ich bin schon mal, schaffe nur ich. Ich bin schon nicht im Moment. Mit allem. Oh mein Gott, der Tornado ist zurück! Jetzt? Jetzt zur Zeit? Geht doch! Oh mein Gott, der Tornado ist für den Torn. Chloe, du bist hier! Ich bin zurück! Oh mein Gott, das ist real, das ist real! Oh mein Gott, das ist real! Max, was ist passiert? Du völlig blackst out! Ich habe nicht mehr gesehen! Ich hatte eine andere Vision. Die Stadt wird von einem Tornado geöffnet werden. Oregon bekommt ungefähr fünf Tornados in 20 Jahren. Du bist so. Nein, nein, ich sah es! Ich konnte eigentlich fühlen die Elektrizität in der Luft. Komm schon, take a breath, okay? Chloe, ich bin nicht verrückt. Aber es ist etwas anderes, ich muss sagen. Es ist etwas... ...Hardcore. Talk mit mir, Max. Ich hatte das gleiche Vision früher in class. Wenn ich rausgehebte, ich herausgehebte, ich herausgehebte, wie ich gesagt habe, nicht verrückt. Aber high? Right? Listen zu mir, wie du denkst, ich in der bathroom saved? Bei reversing Zeit? Ja, sicher. Ich sah du get shot, Chloe. Ich sah du tatsächlich... ...die. Ich konnte, zurückzunehmen, und die Feuer alarm. Okay, ich sehe, du bist ein Geek mit einer guten Imagination, aber das ist ein Anime oder Video-Game, und die Leute nicht haben diese powers, Max. Ich weiß, was ich habe, aber ich habe es. Und ich habe es. Du musst du so hoch. Es ist ein hellissamerenderer. Okay. Was das denn das ist? Es ist, wie... 80 Grad. Wie? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. We were young girls. We played hide in sick and waterfalls. We were young girls. We were young now. We played hide in sick and waterfalls. We were young girls. We were young girls. We are young girls. We played hide in sick and waterfalls. We were younger. We were younger. We were young girls. Someday we will foresee obstacles. Through the blizzard of men. Oh, schön. Oh, wir haben erste Episode fertig. Yay. Aber wie viel gibt es denn davon? Ich weiß das gar nicht. Aber es war schön, oder? Ich fand es sehr schön. Das ist dann für mich eigentlich fast so wie Fernsehen oder Film gucken, wo du aber entscheiden kannst, was habe ich letztes Mal schon gesagt, was jetzt gerade passiert. Ja, einfach schön gemacht. Also ich sitze hier, sie seht mich ja leider nicht, aber ich sitze hier meistens mit einem Lächeln und ich könnte so wie so ein kleines Mädchen die Hände unterm Kinn legen und einfach nur zugucken. Deswegen wahrscheinlich auch meistens immer so ein bisschen stiller. Ja, aber gut. Okay. Dann würde ich sagen, ich glaube ein Outlast Video kommt dieses Jahr noch, also von mir. Und mit Life is Strange wird es dann nächstes Jahr weitergehen. Ja, falls die Leute keinen Outlast gucken, die jetzt hier zugeguckt haben, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Trinkt nicht so viel, lasst zwar die Sau raus, aber trinkt nicht so viel oder am besten gar nicht oder nur ein Glas Sekt oder so. Und dann hoffe ich, wir sehen uns oder hören uns nächstes Jahr in aller Frische wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten kennt ihr ja, wenn ihr irgendwas möchtet oder habt, gerne unter die Kommis oder ein Kommi unter das Video. Ach, ihr wisst doch immer, was ich meine, oder? Muss ich das? Doch, ja. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis danne dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.